hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute möchte ich mir mit euch gemeinsam einmal das neue ns panel pro der firma sonoff ansehen welches mir von it.cc für dieses video zur verfügung gestellt wurde an dieser stelle schon mal vielen vielen dank für die bereitstellung vom namen her könnte man meinen dass es sich beim ns panel pro um den nachfolger des ns panel handelt welche sich ja auch damals hier schon vorgestellt hatte auf den ersten blick sehen sich die beiden geräte auch recht ähnlich bis auf dass beim pro keine taster mehr verbaut wurden sondern sich der touchscreen jetzt über die gesamte vorderseite erstreckt dann hat das pro an der display oberseite noch einen helligkeitssensor und ein mikrofon verbaut der lautsprecher befindet sich an der unterseite auf der rückseite befindet sich wie beim ns panel auch das netzteil mit den schraubanschlüssen für die kabel jedoch sind beim pro nur noch zwei dieser klemmen belegt dieses hat nämlich nicht ein einziges relais verbaut das heißt das panel selbst kann gar nichts mehr schalten es handelt sich also nur noch um ein reines bedienteil wenn man also einen bestehenden lichtschalter gegen das ns panel pro austauschen möchte muss man hier noch einen sonoff zigbee mini oder ähnliches dahinter packen um weiterhin das licht schalten zu können und dafür braucht man dann schon mindestens eine tiefe unterputzdose wenn die dann überhaupt noch ausreicht ich denke also wenn überhaupt ist die pro variante also besser in dem gehäuse so wie ihr es hier auch seht zu gebrauchen so kann man es dann auch flexibel positionieren und einfach auf den schrank oder tisch stellen wenn man sich aber doch für die variante mit dem zigbee mini hinter dem ns panel pro entscheiden sollte lässt sich dieser dann immerhin auch direkt mit dem panel verbinden denn das ns panel pro hat direkt einen zigbee 3.0 hub integriert das heißt man kann sämtliche zigbee geräte bequem direkt an das panel anbinden und anschließend auch darüber steuern einstellen lässt sich einiges schon über das panel selbst in den einstellungen an diese gelangt man wenn man einfach mal vom oberen bildschirmrand herunterwischt den vollen funktionsumfang erhält man allerdings eigentlich erst über die ew link app also über die cloud im auslieferungszustand war die bedienung des touchscreens sehr sehr träge und reagierte auch nicht immer nach dem update auf die aktuelle app version 1.4.1 und die os version 1.4.0 läuft aber bisher alles relativ flüssig aber schauen wir uns das ganze jetzt einmal genauer an wenn das panel das erste mal eingeschaltet bzw mit strom versorgt wird müssen wir zuerst die grundeinrichtung vornehmen das heißt zuerst einmal die sprache und das land auswählen anschließend folgt die wlan einrichtung das passwort bestätigt man dann mit einem klick auf quellcode was auch immer hier bei der übersetzung schief gelaufen ist anschließend landet man direkt auf dem stapelschirm der von einem hinweis überdeckt wird dass man weitere funktionen durch wischen nach unten erreichen kann mit diesem wisch landet man dann auch direkt in den einstellungen da das gerät bereits mit dem wlan verbunden ist empfehle ich auch direkt als erstes ein update durchzuführen die updates findet man im bereich settings ganz unten im punkt über und hier sieht man bei software update dass ein update zur verfügung steht und kann dieses auch direkt ausführen als nächstes kann man in den einstellungen dann noch die zeitzone festlegen damit das display auch die richtige uhrzeit anzeigt sowie unter wetter die passende stadt auswählen damit ebenfalls die richtigen wetterinformationen auf dem startbildschirm zu sehen sind im punkt anzeige lässt sich dann noch die helligkeit festlegen man kann hier aber auch direkt automatisch auswählen um das display anhand des umgebungslichtes die beleuchtung selber regeln zu lassen dann gibt es noch einstellungen für sprache und lautstärke und das war es an sich schon wenn man jetzt noch einmal zurück ins menü wechselt sieht man hier sechs punkte gerät hinzufügen hinweis alarm theme at cam und settings jedoch sind erst einmal nur alarm und theme nutzbar unter alarm lässt sich ein wecker für eine bestimmte uhrzeit oder auch einen timer aktivieren im menüpunkt 7 kann man einen von acht hintergründen auswählen ja und das war es auch schon für alle weiteren funktionen benötigt man wie eben schon erwähnt die ew link app also ein konto für die cloud ansonsten hat man nur eine teure uhr mit wetteranzeige ohne weitere funktionen um jetzt auch das panel mit der app zu verbinden wird man unter allen weiteren punkten im menü sehr bequem angeleitet wie man vorgehen muss alternativ befindet sich auch auf der startseite ein button anmelden um die verbindung mit der app herzustellen es erscheint dann ein qr code auf dem display den man über die ew link app scannen muss dazu klickt man in der ew link app unten auf das plus um ein gerät hinzuzufügen und wählt anschließend scan qr code aus und bewegt anschließend die smartphone kamera so über das display dass diese den qr code im angezeigten rahmen erfasst damit wird das panel automatisch verknüpft und man kann ihm jetzt in der app einen namen geben und es einem raum zu weisen ja und damit sind jetzt eigentlich schon alle funktionen freigeschaltet beziehungsweise kann man glaube ich durch ein kostenpflichtiges abo noch mehr freischalten aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein für alle die an der cloud interessiert sind verlinke ich aber einmal die infos zur ew link cloud in der video beschreibung wie eben schon erwähnt besitzt das ns panel pro einen integrierten sigpi 3.0 hub wenn man jetzt ein neues gerät anbinden möchte muss man nur in den einstellungen des panels auf gerät hinzufügen klicken anschließend die gerätesuche mit einem klick auf starten sie die kopplung ausführen dann kann man innerhalb der 180 sekunden suchlauf die geräte die man hinzufügen möchte in den pairing modus versetzen und muss nur noch warten bis erkannt wurden ich füge jetzt einfach mal einen bewegungsmelder und einen sigpi mini hinzu sobald geräte alle erkannt wurden kann man die suche mit einem klick auf fertig beenden und hat die neuen geräte dann auch sofort in der oberfläche ich kann jetzt hier direkt den sigpi mini schalten und sehe mit einem klick auf den bewegungsmelder auch den zuletzt erkannten zustand zusätzlich zu sigpi geräten unterstützt das panel auch noch kameras ich hätte jetzt erwartet dass hier wieder nur cloud geräte des herstellers unterstützt werden ich weiß gar nicht gibt es die überhaupt egal aber hier wurde ich auf jeden fall sehr positiv überrascht und zwar lassen sich hier sogar rtsp kameras und mjpeg streams wie zum beispiel der von einer esp 32 cam einbinden auch die habe ich hier auf dem kanal ja schon mal vorgestellt das video dazu verlinke ich euch mal oben in der infobox ich füge jetzt hier einmal meine reolink vom hauseingang und eine esp 32 cam die hier im hobbyraum gerade rum liegt ein bei beiden kamera arten muss man einfach nur die url zum stream angeben kann der kamera einen namen geben und ist auch schon fertig danach erscheint auf der startseite ein button kamera über den man dann direkt zum live stream der kameras wechseln kann das gefällt mir muss ich gestehen wirklich gut und funktioniert bisher auch reibungslos der rtsp stream braucht zwar einen moment aber das finde ich noch akzeptabel was für mich aber der hauptgrund war weshalb ich das panel zum testen sehr gerne von it.cc angenommen habe dass auf der homepage angepriesen wurde dass es mit home assistant kompatibel ist da ich mir vorstellen kann dass ein großteil von euch das genauso interessiert wie mich schauen wir uns das jetzt natürlich auch noch an die englische anleitung dazu verlinke ich euch gerne auch noch einmal unten in der video beschreibung als erstes wechseln wir dazu jetzt mal ins home assistant und gehen dort in die einstellungen addons hier werden wir jetzt unten den addon store und müssen hier zuerst das ew link repository hinzufügen jetzt sollte in der addon store übersicht auch ein neues addon ew link smart home auftauchen das wähle ich aus und installiere es sobald die installation fertig ist aktiviere ich noch alle vier optionen also start bei boot watchdog automatische updates und den punkt in der seitenleiste anzeigen anschließend wähle ich im menü den neuen eintrag ew link smart home aus und melde mich über den button sign in oben mit meinem ew link account an daraufhin erscheinen auch sofort die in der ew link app hinterlegten geräte in der übersicht für alle schalter und lampen werden auch im hintergrund jetzt entitäten angelegt so dass diese ebenfalls über home assistant geschaltet werden können wenn man jetzt oben auf synch home assistant devices wechselt dauert es einen moment und dann werden einem alle kompatiblen entitäten aufgelistet diese kann man jetzt einzeln mit einem klick auf synch an die ew link freigeben was hier sehr lästig ist ist die richtige entität auch zu finden hier fehlt mindestens mal eine suche oder wenigstens mal eine sortierfunktion aber da sich das ganze noch in der beta befindet warten wir ja einfach mal ab was da in zukunft noch so kommt ich aktiviere jetzt einfach mal als beispiel bei zwei lampen die synchronisierung auf dem display in der gerätübersicht sind jetzt aber noch keine lampen zu sehen wenn man hingegen in die ew link app schaut werden hier die lampen bereits aufgelistet wir müssen sie jetzt nur noch dem ns panel pro zuweisen dazu wählt man in der app das panel aus klickt hier auf gerät und hier werden jetzt alle zugewiesenen geräte aufgelistet durch einen klick auf bearbeiten kann man jetzt auswählen welche geräte aus der gesamten liste von dem ns panel steuerbar sein sollen natürlich lassen sich auch alle anderen geräte die ihr vielleicht schon in eurer ew link app habt über diese einstellungen ebenfalls dem panel zuweisen das gilt also nicht nur für die geräte aus home assistant alle geräte die lokal über den sigby hub an das panel angebunden sind werden hier ebenfalls aufgelistet diese lassen sich aber natürlich nicht abwählen sondern sind immer über das panel steuerbar nach speichern erscheinen die ausgewählten geräte auch sofort auf der geräteseite des panels und lassen sich darüber bedienen leider ist hier für die lampen über home assistant nur ein an und ausschalten möglich und keine steuerung der rgb farben oder ähnliches rgb lampen die direkt über den sigby hub angebunden sind könnt ihr aber natürlich auch in der farbe und helligkeit über das panel anpassen ich hoffe jedenfalls dass hier schnellstmöglich nachgelegt wird und neben der farbwahl auch geräte wie heizung jalousien und was es sonst noch so gibt bald von dem ew link home assistant addon unterstützt werden ja so bekommt ihr auf jeden fall eure geräte aus home assistant auf das ns panel und die sigby geräte des panels auch in home assistant und das war es dann soweit glaube ich auch an wichtigen features die ich euch zeigen kann es lassen sich noch thermostate anbinden und über das panel steuern jedoch habe ich leider keine sigby thermostate mit denen ich das jetzt hätte testen oder zeigen können ich blende euch aber hier zumindest mal noch ein bild ein wie das ganze auf dem panel aussehen könnte dann gibt es noch eine art energy board auf der die stromverbräuche angezeigt werden können auch dazu zeige ich an dieser stelle einfach mal eine grafik wie das aussehen würde wenn man entsprechende geräte am panel angebunden hat aber kommen wir jetzt mal zu meinem fazit ich muss sagen ich hätte es viel besser gefunden wenn sie auch im pro wieder mindestens ein relais mit verbaut hätten dass man es auch als lichtschalter verwenden kann die features um das ganze an home assistant anzubinden gehen zwar so langsam in die richtige richtung aber so wirklich überzeugen kann es mich trotzdem noch nicht für jemanden der keine home assistant oder ähnliches einsetzt und der keine probleme mit cloud diensten hat ist das panel vielleicht eine schöne sache vor allem wenn man gerade erst mit smart home startet könnte das panel ein guter einstieg sein und man hätte direkt einen sigby hub um weitere geräte zu koppeln und automatisierungen zu erstellen was mir wirklich sehr gut gefallen hat war die anbindung der kameras aber grundsätzlich werde ich wohl auch in zukunft eher beim alten ns panel bleiben ich persönlich mag halt auch wirklich die hardware taste unter dem touchscreen sehr gerade im vorbeigehen finde ich ein touchscreen einfach nur lästig zu bedienen und bin dann doch immer froh wenn es noch echte tasten gibt die man auch einfach mal blind dienen kann wie sieht es bei euch aus lieber touch oder lieber schalter lasst mich doch gerne mal unten in den kommentaren wissen natürlich auch gerne was ihr selber vom ns panel pro von sonoff haltet ich werde mir auf jeden fall weiter ansehen was man noch alles damit anstellen kann denn immerhin basiert das ganze system auf android wenn auch ein altes android 8 aber auch damit lässt sich sicherlich noch mehr aus dem panel rausholen um es gerade für home assistant noch attraktiver zu machen und besser zu integrieren ich wünsche euch jetzt auf jeden fall erstmal noch eine schöne adventszeit für dieses video soll es das an der stelle erst einmal gewesen sein wenn euch das video gefallen hat wird mich ein daumen hoch riesig unterstützen lasst doch direkt ein abo da und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich hoffe natürlich dass wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten video ciao